Licht geht aus. Was ich mich gerade frage, das ist die Treppe nach oben, die hier hochführt. Wenn ich hier runter springe, wo die Fallgrube ist, lande ich nicht da. Ich gehe da hin, wo ich hin will. Nee. Ach ja, habe ich eigentlich schon das Secret da hinten wieder abgeklappert. Au. Nein, die beiden tollen Wurfwächste hatte ich nicht mehr auf dem Radar gehabt. Au. Au. Ja, den Weg da rein habe ich auch noch nicht. Damit kann ich mich direkt vor die Tür porten. Das bringt mir nix oder auf die anderen beiden Seiten von diesen Säulen. So. Ach cool, jetzt mal bleibt die Tür offen, weil wir das schon einmal getriggert hatten. So. Das, den kann ich nicht einschlagen. Da drüben ist so ein blöder Kokor. den könnte ich theoretisch mit Fernkampfdingern beballern, bis er tot ist. würde mir einiges an Nerven ersparen. Jo. So. So. Einer von euch beiden reicht mir hier drüben. Ich töte euch nämlich lieber hier oben. Anstatt euch da runter zu werfen. So, das war Nummer 1. Mir ist Nummer 2 jetzt runter gefallen. Können wir gleich mal raus. Ups. Ja. Äh. Oh. Komm, ruhig wieder raus. Jetzt haben wir jetzt fast keine Mana mehr, aber das ist auch nicht schlimm. Ah, tot durch Pfeil. Aber hey. Das hat tatsächlich diesen Weg geöffnet. Geöffnet. Okay. Ja, jetzt bin ich auf der Seite. Keine Abkürzungen auf und zu machen. Das praktisch. Ja, der Waste Incinuator, ja. Endlich ein kleines Erfolgserlebnis. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh. Der ist praktisch. Und dann ist das. Und dann ist das. Mhm. Hier bin ich jetzt hier gelandet. Oh. Da sieht es doch schick aus. Stein auf Stein im Westen. Das ist hier. Da muss ich jetzt aufpassen. Ihr habt zwar ein Autosave jetzt. Aber ich weiß nicht was ich... Genau. Okay. Ihr seid... ...aus Schlacke oder aus Metall. Ihr seid auf jeden Fall giftig. Und ihr könnt... ...einfrieren und alles andere Böse. Äh. Ja doch, einfrieren ist das ja. Da ist mein Fluchtweg. Okay. Warum höre ich da wieder getrampelt? Äh... ...neben soll... ...äh... Woher hat der auf einmal so viel Hunger? Achso. Zieht Krankheit auch. Essen ab. Okay, ich habe jetzt Health gekriegt. Hat mich allerdings wieder paralysiert. So. Toll, jetzt muss ich gucken, wohin der Schleim abgehauen ist. Ah. Gut, hier mache ich mal etwas Konzentration. Das klingt da wirklich... Das ist jetzt... Wahrscheinlich nicht so... Das war daneben. Und zwar mit voller Kanne. Wieder gelähmt. Wie viel hält das Vieh aus? Und ja, die Viecher ziehen definitiv jede Menge Leben... Wow. Jede Menge Leben... Äh... Jede Menge Nahrung ab. Habe ich nicht? Cure... Disease... Cure Poison... Ehrm... Magik Armor... Blass darkness light, Light Missile, Enchant Dark Arrow? Held... Leeu. Immer? Was ist das so neu? Sag bloß, du warst alleine. Klaus, die können wir einfach mal mit. Achso, die hast du. Das ist was für dich. Jetzt bist du gleich sicher. Nein, noch nicht überladen. Auch noch nicht überladen. Eine Fackel, Stein und noch ein Zahnrad. Nein, noch nicht überladen.